jetzt kommt ja hier der todesstern angeflogen das wäre so geil überlegt man du stehst jetzt hier drauf und immer wird alle dunkel und dann kommt der todesstern dann siehst den todesstern hier oben da wo die sonne ist so wie die sonne siehst du irgendwo den todesstern und dann kommt so ein galaktischer zerstörer oder drei galaktische zerstörer darüber geflogen und mehrere jäger und dann hörst du feiern ich bin kein starvors fan so an sich direkt ich finde es cool ja okay aber ich bin nicht von start weg ich freue mich jetzt auch ein 16 kommt der neue teil ich schaffe jetzt geht's jetzt geht's los wir fliegen oh nein ich schaffe es nicht dankeschön die anderen drei löcher sind noch jetzt geht hier melodie geht los guck mal guck mal von hans und ich hab den namen verjessen ich will ja den walke genau aber dankeschön fürs abo, da haben wir noch mehr schiffe alter wie geil ist das Guckt ihr das an, Alter! Boah, sowas können sie ja öfters machen. Und die Zerstörer, Alter! Das sind so eher mehr als ich gehofft habe! Guckt ihr das an! Ihr geht doch gleich Nachrichten! Leute, bitte versteht ihr, dass ich jetzt nicht auf Nachrichten reagieren kann! Boah, guck mal! Guckt mal, wie der will! Oh, guck her! Oh, es landet! Das landet! Oh, ich will da rein! Bitte, 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 lass mich da rein! Ich will da rein! Du kommst nicht hoch, du kommst nicht hoch! Ich will da auch rein! Hinten ist der Eingang, oder? Ne, Seite! Seite? Ne, vorne, vorne gehts doch eigentlich hoch! Ne, jetzt ist es weg! Bei mir hoch! Jetzt sind hier drei Leuchtenpunkte! Hier! Äh? Ach, da war jetzt wieder da! Da waren welche drinne! Ich hab die Sinsen sehen! Ah, hier hinten ist offen! Ja, ich seh's! Ich seh's! Guck mal, da kommt einer! Ich hab ja zwei Sinsen sehen! Wo du kurzzeitig weg war! J.J. Abrams will be here! And we're going to show you as seen from The Rise of Skywalker! But wait! Who's this? Oh, hello! I am a Stormtrooper, but I'm also a person! You saw me moonwalking down here!